Ein wunderschön, seid gegrüßt wieder mal bei den aussätzigen Zauberern, die ganz aussätzig bei großer Hitze im Corona waren, in ihren Häusern sitzen und sich Gedanken machen über alles mögliche. Heute dabei der Jack und der Patrick. Und hallo auch von mir. Deswegen habe ich mich in den Keller verzogen. Sehr gut. Das ist etwas kühler, aber auch etwas dunkler. Naja, so, ich habe mal was rausgesucht, was ich schon länger mal irgendwie angucken wollte und zwar, ja, nennt sich das SDM, Siegfried Dora Mata. Das ist also nicht sowas wie irgendwo ein Geheimcode, sondern das steht für Standard Datenschutzmodell. Wollte ich eigentlich schon von einiger Zeit machen, weil da gab es jetzt ein Update. Jetzt gibt es die Version 2.0. und was ist dieses Standard Datenschutzmodell? Also das wird herausgegeben von der Konferenz der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. Also in Deutschland sozusagen von den Datenschützern oder den Aufsichtsbehörden. Und die haben so ein Methodikhandbuch in Version 2.0 rausgebracht und da wird ein bisschen was drüber erklärt. Und Patrick, hast du so eine Ahnung, was das ganze Ding soll? Ja, also ich denke, vor allem ist es eine sehr, sehr gute Handreichung, um strukturiert an das Thema Datenschutz ranzugehen. Also wie gehe ich mit Risiken um? Was muss ich tun? Was muss ich wie einhalten? Und das wirklich anhand von, ich sage jetzt mal übertrieben, eine Anleitung oder eine Strichliste oder eine Liste mit Anweisungen, die man dann durcharbeiten und durchackern kann, um, ja ich sage jetzt mal relativ sicher zu sein, nichts vergessen zu haben. Und das Schöne an der Version 2.0 ist, die haben jetzt mal ein bisschen besser strukturiert. Das heißt, das hat jetzt fünf Kapitel von A bis E. Das heißt, Kapitel A ist die Beschreibung des Standarddatenschutzmodells, also die Methode. Dann Kapitel B geht um die Anforderungen der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Kapitel C geht um die Systematisierung der Anforderungen der DSGVO durch Gewährleistungsziele. Erklären wir dann ein bisschen später, was das heißt, weil der Titel ist schon sperrig. Kapitel D geht es um die praktische Umsetzung und in Kapitel E um die organisatorischen Rahmenbedingungen. Und dann können wir ja mal reingucken in dieses Ding. Dazu gibt es auch noch, also ergänzend gibt es auch noch Maßnahmenkataloge. Also da gibt es so Bausteine. Das ist ähnlich wie beim Grundschutzhandbuch. Haben Sie noch Bausteine gemacht, die zähle ich noch auf, bevor wir einsteigen. Also da gibt es quasi einen Baustein zur Aufbewahrung, zur Planung und Spezifikation, zur Dokumentation, zur Protokollierung, zur Trennung, zum Löschen und Vernichten und zum Datenschutzmanagement. So. Fangen wir mal an mit Teil A, Beschreibung des Standard-Datenschutzmodells. Das ist quasi, ja, sozusagen eine Bauanleitung oder ein Katalog. Wie gehe ich das Thema an, damit ich Daten Datenschutz in der Praxis sinnvoll umsetzen kann? Zum Beispiel, wie führe ich so eine Prüfung durch oder so eine Analyse, eine Datenschutzfolgeabschätzung? Und wie komme ich dann auch zu einer sauberen Dokumentation? Und ein Schwerpunkt da ist, zum Beispiel das Thema Zulässigkeit der Verarbeitung, also Rechtsmäßigkeit, Rechtsgrundlage. Das heißt, auf welcher Basis verarbeite ich eigentlich Daten? Und da gibt es so, ja, zwei Dinge, die mir da immer einfallen. Das eine ist so der öffentliche Bereich. Das sind wirklich viele Rechtsgrundlagen, weil es viele Gesetze gibt und Verordnungen. Das heißt, da ist meistens irgendwo was geregelt vom Staat, von einer Behörde, was man darf, was man nicht darf. Und in der Privatwirtschaft hat man, würde ich mal sagen, so in der Praxis eher weniger vielfältige Rechtsgrundlagen, weil so viele verschiedene gibt es da gar nicht. Das meiste ist so, ich habe irgendwo so eine Vertragsbeziehung, also so in die Richtung vertragliche Grundlagen. Oder es gibt ein sogenanntes berechtigtes Interesse. Das heißt, es ist quasi, ja, erlaubt, weil es für die Durchführung von irgendwas sinnvoll ist. Allerdings gehört dazu eine Interessenabwägung. Das heißt, das berechtigte Interesse bedeutet, es muss mehr für das Interesse des Datenverarbeitenden sprechen, als die Schutzbedürfnisse dessen, der sozusagen betroffener ist, als zu dem die Daten gehören oder von dem die Daten stammen. Und ein dritter großer Punkt, das ist das, was meistens schlecht umgesetzt ist, das ist das Thema Einwilligung. Also Einwilligung zur Datenverarbeitung. Den Punkt halte ich immer in der Praxis sehr, ja, schwierig, weil eigentlich sollte es eine informierte Einwilligung sein. Meistens gibt es Information, aber das ist dann eher so ein Information Overkill. Das heißt, zu viel Information, nicht verständlich oder zu lang. Das heißt, Beispiel, wenn ich so eine App auf dem Smartphone lade und dann wird mir irgendwo gezeigt, eine x-Seiten lange Beschreibung und dann soll ich einwilligen. Das heißt, die meisten klicken auf OK und lesen sowas nicht. Das ist sozusagen das Problem mit der Einwilligung. Umgekehrt, aber auch für die, die die Daten verarbeiten, weil manche meinen, die wird eine Einwilligung brauchen und machen das dann, wo eigentlich eine Einwilligung eine schlechte Idee ist, weil Einwilligung hat auch wieder Rahmenbedingungen. Also das ist so der Punkt. Naja, der Punkt ist ja da, einfach um es nochmal darzustellen, bei der Einwilligung der Vorteil ist, dass du sehr gezielt auf das, was da wie verarbeitet werden soll und warum im Endeffekt deine Einwilligung eben fußen lassen kannst. Also sprich dem Betroffenen genau sagen kannst du, das machen wir jetzt aus dem Grund. Das sind die Daten und die werden so und so verarbeitet. Also informiert. Ja, so steht es ja auch in der DSGVO drin. Der große Nachteil von so einer Einwilligung ist aber, dass du jederzeit eben auch das Recht hast, diese Einwilligung wieder zu entziehen. Also ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, ja, ist kein Problem, mach das mal. Dann fällt mir nach drei Wochen auf, oh, das ist vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, die Einwilligung zu geben. Dann entziehe ich die halt einfach wieder. Und dann muss derjenige, der das verarbeitet halt dafür sorgen, dass die Daten dann auch wirklich nicht mehr verarbeitet werden. Und das ist ja, wenn man da mal drüber nachdenkt, oft im Nachhinein sehr schwierig umzusetzen. Ja, ich habe schon ganz schräge Dinge da mitgekriegt. Zum Beispiel manche haben die Idee, ich will jetzt hier irgendwo die Adresse, weil ich dem was zuschicken will und ich lasse mir da eine Einwilligung geben. Das sieht man öfter zur Verarbeitung der Daten, wo ich sage, hä, was soll das? Weil was ist, wenn ich die zurückziehe? Ich lasse mir quasi was schicken und bevor er die Rechnung stellt, ziehe ich die Einwilligung zurück und er darf dann keine Rechnung mehr stellen. Also das ist so ein Beispiel absoluter Blödsinn, sage ich mal, weil da gibt es eine Rechtsgrundlage. Das wäre in dem Fall der Vertrag. Und das sind so Sachen. Bei den Verträgen, also ich finde halt Verträge eigentlich eine relativ feine Sache, weil da regelst du halt ganz genau, es geht um die Dienstleistung, das hast du vereinbar, da steht da alles drin. Damit du die durchführen kannst, brauchst du die und die Daten, unter anderem zum Beispiel sowas wie eine Adresse, damit du das Fenster, was bestellt worden ist, auch liefern kannst. Solche Dinge, ja. Da gibt es ja eigentlich keine Diskussion drüber. Das große Thema, was du mit der Rechtsgrundlage eines Vertrages halt hast, ist, wenn Dinge getan werden, die da gar nicht drin stehen. Und das passiert halt ziemlich häufig. Das wird dann halt auch gerne mal unterschätzt, dass dann jemand hingeht und sagt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Vertrag geschlossen, was weiß ich, neue Fenster einzubauen in mein Eigentum zu Hause oder keine Ahnung. Dann werden die Gelieferungen eingebaut. Aber derjenige, der mit mir einen Vertrag gemacht hat, ohne eben zusätzlich das zu erwähnen, macht da vielleicht noch irgendwie Werbung über einen Dritten mit meiner Adresse. Ich habe die weitergegeben an irgendeinen Partner, der dann anfängt, mir irgendwelche Sachen über, ich weiß es nicht, sage ich jetzt mal, Garagentore zu schicken. Das ist dann zum Beispiel was, was über einen Vertrag in der Regel ebenso nicht abgedeckt ist. Und dann wird es halt kritisch. Wenn Dinge gemacht werden, die eben nicht im Vertrag stehen. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist A2, Anwendungsbereich des Standard-Datenschutzmodells. Da steht quasi drin, für was es anwendbar ist. Also für was nimmt man das her? Und zwar, wenn ich plane oder wenn ich anfange, damit irgendwo Daten zu verarbeiten, dann sollte ich das zur Hand nehmen, um quasi abzuklopfen, was ist alles zu tun. Und dann werde ich da quasi ja durch alle Punkte geführt, damit ich da nichts verkehrt mache, damit ich da quasi richtig anfange von, ja ich sage immer bei den Daten, von der Wiege bis zur Ware diesen ganzen Prozess durchgehe und gucke die verschiedensten Aspekte, sei es die Sicherheit, aber auch quasi das, was immer damit zusammenhängt, die Protokollierung, also dann quasi das Kontrollieren oder Überwachen, was so eine Angemessenheit auch haben muss und so weiter. Das ist, ja. Genau. Die nächste, jetzt ist es, bei mir geht das alte Telefon los. Das nächste Kapitel oder Teilbereich von A ist A3. Da wird nochmal ganz, ist nicht viel, sind ein paar Spiegelstriche, die Struktur des SDMs nochmal vorgestellt. Ich finde das einfach ganz gut als Zusammenfassung. Also es geht um eine Systematisierung der Anforderungen und der Gewährleistungsziele. Da kommen wir gleich noch drauf, was das alles ist. Die systematische, generische Maßnahmenabarbeitung, ja. Also das werden Maßnahmen vorgestellt, die dann die Ziele auch erreichen sollen. Dann die Geschäftsprozesse und die Elemente der Daten sowie die Teilprozesse entsprechend zu modellieren. Dafür ist das SDM auch da. Und die Identifikation von Risiken, ne. Auch ganz wichtig. Da kommt man dann zum Schluss auch, was ja jetzt in aller Munde ist, Datenschutzfolgeabschätzung ist ja auch so eine Risikobetrachtung, die dann darüber hinaus das über einen längeren Zeitraum betrachtet. Aber letztendlich geht es um, du hast Maßnahmen, du hast Risiken. Die Maßnahmen bringen Risiken runter und es bleiben irgendwelche Risiken übrig und die müssen in irgendeiner Form erfasst werden und beachtet werden, betrachtet werden. Wie gehe ich damit um? Und es gibt ein Vorgehensmodell für die Modellierung, Umsetzung und kontinuierliche Kontrolle und Prüfung der Verarbeitungstätigkeit. Also was tue ich da mit den personenbezogenen Daten und wie gehe ich damit um? Auch über den kompletten, ja, Lifecycle hinweg. Ja, und der nächste Punkt wäre dann A4. Die Funktion der Gewährleistungsziele, du hast gerade gesagt, gehen wir näher drauf ein. Also Gewährleistungsziele, auch ein bisschen sperrig, also nicht selbsterklärend, glaube ich. Also sozusagen, was will ich erreichen, damit nichts schief geht oder damit nichts Schlechtes passiert. Da gibt es verschiedenste Dinge und da nimmt dieses Standarddatenschutzmodell eben sieben Themen her. Das erste wäre die Datenminimierung, das heißt, so wenig Daten wie notwendig, wie möglich. Also nicht einfach sammeln, das Sammelns wegen, nur weil ich es kann, sondern wirklich darauf zu achten, an der richtigen Stelle nur die notwendigen Daten zu sammeln, weil sonst laufe ich meistens auch später in Probleme rein. Leider lebt man in der Praxis eher das Umgekehrte, dass Leute anfangen, alles zu sammeln. Ja, schönstes Beispiel ist halt wirklich, was weiß ich, bei Adressen oder der Ansprache des Kunden oder des Betroffenen da, was weiß ich, so was zusammen wie da Geburtstag und Zugehörigkeit, Religion und so ein Quatsch, ja, wo man sich dann wirklich fragt, wofür brauche ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel, was hatten wir eben, Fensterliefer, ja, oder irgendwelche Bauteile für ein Haus oder so, macht überhaupt keinen Sinn. Und das, ja, vielleicht mich auch immer. Das ist eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Sache. Also einfach mal drüber nachdenken, man kommt oft mit viel, viel weniger zurande, wie man glaubt, dass man da erfassen muss. Genau. Dann nächstes Gewährleistungsziel, Verfügbarkeit. Verfügbarkeit heißt also, dass die Daten da sind, wenn ich sie brauche. Das ist sozusagen am richtigen Ort, an der richtigen Stelle, aber auch Schutz vor Verlust. Das heißt, dass die Daten nicht so einfach verloren gehen. Da zählt ein Thema dazu wie Backup, aber auch wie Qualität, das heißt Stabilität von so einem Dienst. Wenn irgendwas abhängt von den personenbezogenen Daten oder von der Verarbeitung, dass das dann auch funktioniert und dass dann eben auch, ja, das richtig gemacht wird. Also die Gewährleistungsziele jetzt kommen und zumindest mal die nächsten drei, das sind so ganz typisch, die man so auch aus diesem Security oder Sicherheitsumfeld kennt. Verfügbarkeit ist klar, wie ist ein Dienst verfügbar? Und bei den personenbezogenen Daten hat man ja so aus der klassischen Betrachtung Verfügbarkeit immer so angeführt, wie wenn ein System personenbezogene Daten verarbeitet und betrachtet wurde, ja, also im Sinne von, ist das dann zulässig? Wie wird das denn verarbeitet? Wird dann gewährleistet, dass rechtzeitig gelöscht wird und nur solche Daten verarbeitet werden, die auch wirklich benötigt werden und so weiter und so fort? Dann wird das mit der Verfügbarkeit immer relativ schnell klar. Warum ist das ein Datenschutzziel? Ganz einfach, wenn eine Verfügbarkeit nicht gegeben ist, dann weicht man halt aus. Ja, da geht man dann eben auf andere Systeme. Ich sage jetzt mal typischerweise, man erfasst die Adresse für seinen Kunden eben in einem System auf dem Rechner. Das System ist nicht verfügbar und dann fängt man an, das irgendwo auf dem Blatt Papier aufzuschreiben oder in der Excel schnell mal, weil das eigentliche Customer Relationship Management System, also wie man das heutzutage schön nennt, nicht funktioniert. Dann wird dann halt wieder irgendwas gemacht, was halt eben so geht, ja. Und das ist dann eben nicht geprüft, das ist eben nicht gesichert. Da liegen die Zettel halt auf dem Schreibtisch rum und genau das will man nicht im Datenschutz, ne. So als Beispiel mal. Ja, nächstes ist dann Integrität, dass die integer sind, also fehlerfrei, konsistent, dass das dann auch auf der Gehörten… Und vor allem nicht fälschbar, ne. Also da keiner unberechtigt irgendwie Daten abändern kann. Verändert und dass ich überhaupt nachweisen kann, dass das die Daten sind, dass da auch nicht jeder dran rumfummeln kann, wie er will. Genau. Und auch, ja, gesichert dann die Vertraulichkeit. Ähnlich, aber da ist sozusagen, dass die richtigen Leute nur an die Daten rankommen. Nur die, die sollen, ne. Nur die, die sollen, nicht jeder. Also wie du sagst, dann wird ein Schmierzettel gemacht, der liegt überall rum oder irgendwo rum, ne. Dann kommt der irgendwo hin oder landet irgendwo. Das sind so die Fehler, die gemacht werden. Oder du schreibst halt dann mal eine Excel, der eine kopiert sie. Oder du hast nicht das richtige Werkzeug und haust das irgendwo rein. Naja. Also so ein Slack ist nichts für so eine vernünftige Datenverarbeitung. Ja, so aus der Praxis, ne. So, man ist ja dann auch, ich sag immer, immer, wenn man, ja, sag mal, kleineren Betrieb oder Vereine oder so sich anguckt, ne. Aber das, was sehr, sehr häufig passiert, ist halt tatsächlich so, naja, bevor es verloren geht, mach ich mir halt nochmal schnell irgendwo eine Abschrift oder eine Kopie oder schreib das halt nochmal in Excel irgendwo nebenan oder so, ja, keine Ahnung. Und dann wird es mit der Vertraulichkeit irgendwie schwierig, ne, weil dann auf einmal doch, sag mal, jeder, der zum Rechner kann oder der die Schublade aufmachen kann, halt den Block rausholt und sieht, wer wann wie, was zum Beispiel in einem Verein bezahlt hat. Und das geht halt auch keinem was an, ja. Und, 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 wie du sagst, in so einem Verein, da habe ich schon Sachen erlebt, quasi, manche, die wissen dann auch nicht, wo sie es hinspeichern, als vom Desktop oder so oder fliegt auf USB-Sticks rum. Ja, das ist nicht sinnvoll. Schönes Beispiel, was auch in der Praxis immer wieder mal vorkommt, das kenne ich so vom, vom Doc, ne, man geht zum Arzt, der weiß mittlerweile auch, dass ich mit Datenschutz zu tun habe, logischerweise. Und da kommen dann immer so die Fragen rum, gerade so in so einem Umfeld, Arzt, auch Krankenhaus, das ist auch schwer umzusetzen, sowas, ne, Vertraulichkeit, ne, so, du stehst da vorne am Dresden und sagst, ja, tut mir leid, äh, was weiß ich, keine Ahnung, mir, mir sind jetzt als Zauberer gerade irgendwie wieder die Kronen rausgefallen und so und jeder kriegt das mit. Ähm, das ist da auch manchmal sehr, sehr schwierig umzusetzen, aber genau darum geht es letztendlich auch. Also in dem Umfeld habe ich nur einmal ein echt gutes Beispiel erlebt bisher bei einem Arzt, der hat quasi, du kommst rein, dann ist eine Toilette und das Wartezimmer und dann ist eine Zwischentür, so eine Glastür und die ist zu und du musst klingeln und dahinter ist dann die Theke oder der Tresen, das heißt, die lassen dich dann rein, dann meldest du dich an und dann schicken sie dich wieder ins Wartezimmer und da wirst du dann aufgerufen, aber das ist abgeschottet, das heißt, im eigentlichen Bereich, also das ist dann zwar auch erst der Flur, Behandlungszimmer, Untersuchungszimmer, Röntgenraum oder was so alles gibt bei einem Arzt, das ist dann schon wie in der normalen Praxis, aber die haben wirklich da vorne, wartet jetzt mal, vorher noch einen Bereich vor der Anmeldung und das ist eigentlich gut gelöst, das ist so das Idealste, was ich je gesehen habe, aber so das häufigste ist eher das Gegenteil, naja, dann nächster Punkt hier, Nichtverkettung. Ja, das ist einer meiner Lieblingspunkte. Ja, der ist schön. Was für Kettenraucher? Ne, Nichtverkettung, schönes Wort. Ja, Kettenraucher ist gut. Nichtverkettung, also relativ einfach mal so mit eigenen Worten erklärt, geht es natürlich darum, es gibt einen Zweck, wofür ich Daten verarbeite und es kann ja auch sein, dass da unterschiedliche Verarbeitungen stattfinden und ich habe den Kunden A und den Kunden B, für den einen mache ich dessen, für den anderen mache ich was anderes, was die Daten angeht oder Anwendung A und B und Nichtverkettung, da geht es dann letztendlich darum, dass ich das auch nicht miteinander kombinieren darf. Die Verarbeitung und vor allem die Zweckbestimmung an jeder Verarbeitung gilt isoliert für diese Verarbeitung, nicht irgendwie, na, ich habe doch jetzt noch die Daten von dem und da noch die Daten von der Anwendung und jetzt tun wir mal die schön zusammen und da kommen ganz neue Informationen raus. Das ist das, was hier mit Nichtverkettung auch gemeint ist. Ja, was in der Praxis nicht so einfach ist und auch häufig verkehrt gemacht wird und auch bei manchen gar nicht so eingesehen wird, das heißt, ja, wieso, wir haben die Daten doch und du hast ja zu verschiedenen Zwecken. Oder, genau, was auch sehr, sehr häufig passiert und das ist tatsächlich eines der meisten Risiken, die so auftauen und auch größten Risiken, die auftauen, ist dann auch die Verkettung mit Informationen, die allgemein zugänglich sind. Also man muss da schon auch immer mal gucken, wie man was verarbeitet, auch unter Zuhilfenahme von öffentlichen Informationen oder Informationen, die eben über andere Kanäle zur Verfügung stehen, tatsächlich neue Informationen oder neue Resultate der Verarbeitung stattfinden können oder genutzt werden können, die eben nicht gewollt sind. Muss man sich immer ein bisschen auch überlegen. Ja, also nicht aus Facebook dann noch anreichern, Google oder wer weiß was, also im Arbeitsumfeld und so weiter, also da gibt es klare Regeln und das eben nicht erlaubt, auch wenn die Quelle jetzt öffentlich ist, ist es aber nicht erlaubt sozusagen, wenn ich jetzt eine Verarbeitung mache, dann all die Quellen zusammenzuführen. Das ist so nicht gedacht und genau deswegen gibt es ja so Dinge wie eine Datenschutzfolgeabschätzung oder so ein Standard-Datenschutzmodell systematisch durchzugehen. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der sechste Punkt ist dann die Transparenz. Das ist eines der wichtigsten, finde ich. Also war eigentlich schon immer so, aber war nie so deutlich, wie soll man sagen, nie so deutlich manifestiert in einem Gesetz. In der DSGVO wird da sehr viel Wert drauf gelegt. Meiner Meinung nach wirklich auch einer der wichtigsten Punkte, nämlich Transparenz. Das heißt hier schlicht und ergreifend die Verarbeitung, die Verarbeitungsschritte, die Ziele und die Zwecke müssen wirklich so dargestellt sein, dass derjenige, um den es geht, also der Betroffene tatsächlich weiß und abschätzen kann, wie seine Risiken sind und abschätzen kann und weiß, was mit seinen Daten dann tatsächlich passiert, was nicht so einfach ist. Weil es dann auch immer darauf ankommt, mit wem habe ich denn da zu tun und ich muss dann, gibt es ein super schönes Beispiel im Moment, Corona-Warn-App vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, wo man da mal ein sehr schönes, positives Beispiel sieht, wie Transparenz auch funktionieren kann, wo in einfachen, verständlichen Worten eben erklärt wird und versucht wird zu erklären, was passiert da mit den Daten, wie werden die hier verarbeitet. Was wird damit gemacht, wie lange sind die da und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr hohe Transparenz an die Verarbeitung gelegt wird gegenüber den Betroffenen und das finde ich ist eins der wichtigsten Punkte sogar, was Datenschutz angeht. Das nützt mir alles nichts, jemanden zum Beispiel zu fragen oder auch in einen Vertrag reinzuschreiben, ich mache das und das mit den Daten und auch sehen den Gründen, wenn ich das so schlecht und untransparent oder intransparent darstelle, dass derjenige, um den es geht, überhaupt nicht versteht, was da jetzt das Problem sein könnte. Also das, was wir vorhin gesagt haben, du hast so eine ewig lange Liste Nutzungsbedingungen oder wer weiß was, wo du dann über viele Bildschirmseiten oder wo du per E-Mail zuschicken lassen kannst, was eben keiner macht, wo keiner mehr was davon versteht. Und das ist eben auch, wenn man sich Mühe gibt, gut darzustellen und in wenigen Schritten, also das Beispiel, das du gebracht hast, ist da echt gut, so sind wenige Schritte, wird kurz mit Sätzen erklärt, damit man weiß, um es geht. Und natürlich, das reicht auch nicht aus, sondern es wurde ja auch begleitet außerhalb, das heißt, es wird auch außerhalb informiert, es wird auch für Experten eine andere Information gegeben, wie zum Beispiel in dem Fall Open Source, das heißt, es ist transparent und nachvollziehbar, was da gemacht wird, wie es gemacht wird, Programmcode offengelegt und das ist echt ein gutes Beispiel, was du da genannt hast. Also ein schöner Punkt, weil du ihn auch gerade so angesprochen hast, diese seitenweise tolle Erklärung. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, so gerade als alter Zauberer, dass normalerweise muss es möglich sein, eine Verarbeitung personenbezogener Daten in wenigen Wörtern, in wenigen Sätzen jedem dazu darzustellen. Alles, was da länger wie drei, vier Sätze braucht, um jemandem zu sagen, warum ich jetzt deine oder meine Daten da verarbeiten muss, das wird schon komisch, finde ich. Dass man das dann noch ein bisschen feiner ausführen und dann noch mehr erklären muss, was die Verarbeitung ist, gar kein Thema, klar, das braucht mehr wie zwei Sätze, aber wenn einer schon irgendwie Schwierigkeiten hat oder eine Schwierigkeiten hat, in drei, vier kleinen verständlichen Sätzen zu erklären, warum da jetzt personenbezogene Daten überhaupt verarbeitet werden, finde ich, ist es schon irgendwie merkwürdig. Da gibt es ein schönes Spiel, das man machen kann, also wenn du an so einem Projekt arbeitest, versuch in 30 Sekunden zu erklären, was du da tust. Oder versuch deinen Job in 30 Sekunden zu erklären. Ich glaube, der Nikolas, der Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt, der sagt da immer, das ist so auch für Wissenschaftler, wenn man Wissenschaftskommunikation üben will, sollte man mal das versuchen, wie man in so einer kurzen Zeit sozusagen das Wesentliche rüberbringt. Wenn man das kann, dann kann man auch so Transparenz. Dann haben wir den siebten Punkt, die Intervenierbarkeit. Ich glaube, das Wort haben die meisten noch gar nicht gehört, dass es das gibt. Intervenierbarkeit, das heißt, ich kann Widerspruch einlegen oder dagegen sein. Das sind wir bei dem Beispiel von dir vorhin. Ich habe eine Einwilligung gegeben, wie kann ich die zurücknehmen? Also wie kann sozusagen gewährleistet werden, wie kann man das machen, dass wenn ich jetzt auf einer Basis von einer Einwilligung zum Beispiel arbeite, dass ich dann sagen kann, ich möchte jetzt nicht mehr, was muss da alles passieren, dass die Verarbeitung in dem Fall nicht mehr stattfindet. Das heißt, ich muss wissen, was ich da tue, ich muss wissen, wo ich die Daten überhaupt hingebracht habe, ich muss auch wissen, welche Daten sozusagen muss ich bei einem Widerspruch wieder löschen, welche nicht, weil das bezieht sich nicht auf alle Daten. Also wie wir vorhin hatten, eine Rechnung wieder rufen, das geht nicht, sondern das muss man analysieren. Dann mache ich das auch immer. Und man muss natürlich auch dann nachweisen, wie man das Ganze gemacht hat. Also ein bisschen hängt es dann auch mit Transparenz dabei, aber man muss das auf jeden Fall mal durchspielen, weil mein Datenmodell muss hinterher noch funktionieren, also dass ich eben überhaupt löschen kann und in diese ganze Thematik rein. Und das ist aber auch bei Rechtsgrundlagen oder bei anderen Widersprüchen immer so, dass das so kein triviales Thema ist. Ja, was da auch immer oder sehr, sehr häufig problematisch ist, gerade wenn man so eine arbeitsteilige Verarbeitung hat, also wenn man das alles nicht so selbst macht, so alles in meinem Rechner, der Prozess ist klar, die Leute, die daran arbeiten, alles klar. Das ist ja heute in der Regel nicht mehr so, sondern was weiß ich, man hat Cloud-Anbieter, irgendwas wird irgendwo gespeichert, keine Ahnung, im Rechenzentrum von irgendeinem Cloud-Anbieter halt. Und da gibt es ja dann auch unterschiedlichste Zuständigkeiten und das muss man, und das finde ich dann immer ganz gut am Beispiel dieser Intervenierbarkeit, einfach einmal vollkommen von A nach B, von vorne bis hinten einmal durchspielen. Was muss alles gemacht werden, damit es durchgängig tatsächlich funktioniert und zwar, einfaches Beispiel, Intervenierbarkeit ist ja auch die Berichtigung von Daten. Also ich habe da irgendwas Falsches reingestellt, sag mal mal, keine Ahnung, von hier dem Jack, falsche Geburtszahlung aufgeschrieben, weil ich dem irgendwie zugesichert habe, immer zum Geburtstag irgendwas zu schicken. Und dann kommt von dir der Einspruch hier, der Geburtstag ist verkehrt, was muss ich alles tun, damit ich den korrigieren kann und vor allem, wo muss ich das überall tun? Oder wenn was gelöscht werden muss, wo muss überall gelöscht werden? Und da, sag ich jetzt mal, da sind die meisten Probleme zu finden. Also das ist so aus der Praxis raus so ein Eindruck, den ich habe, dass zum einen diese Intervenierbarkeit sehr gut dazu dient, da mal alles durchzuspielen und zum anderen eben, dass man da sehr gut dran erkennen kann auch, dass man heutzutage eben nicht mehr nur noch den einen Rechner hat und den einen Prozess, der von ganz wenigen Leuten abhängig ist, sondern dass da meistens viel mehr dahinter steckt. Ja und für mich auch so ein Praxistema, also bevor ich dann anfange zu gucken, wie lösche ich oder habe ich fünfmal überschrieben, ist für mich ein elementarer Punkt, vorne an der Kette anzufangen. An wen wendet sich der Betroffene eigentlich? Weil du hast vorhin gesagt, so verteilte Verarbeitung, also wo kann man sich hinwenden? Wer ist für was verantwortlich? Woher weiß ich das? Und dann auf der Seite des Verarbeiters, also die, die die Daten verarbeiten, die Firma zum Beispiel. Wie gehe ich damit um? Das heißt, wenn sich da einer an mich wendet, wen gebe ich das weiter? Wer ist dafür zuständig? Wer kriegt das Ganze? Also das ist nicht so, dass da irgendeiner schreit und dann sage ich, okay, ab und mach mal. Ganz schlecht. Also das ist also nicht trivial. Man muss halt diesen Prozess sich angucken. Was ist notwendig? Was ist zulässig? Und an welche Stellen gebe ich die Informationen? Und jeder braucht da irgendwo eine Beschreibung, was er dann tun muss. Und wenn es nur eine kleine Beschreibung ist, aber der sollte man sich orientieren. Und das ist ja genau das Standard-Datenschutz-Modell, will da Struktur reinbringen. Und dann sind wir schon. Ja, ich will doch ein ganz kurzes Beispiel bringen, weil das auch sehr, sehr häufig mal in der Praxis vorkommt. Auch da bei, wo kann jemand intervenieren? Also wie kommt der auf mich zu, um zum Beispiel, jetzt wie eben in dem Beispiel, du, Jack, sagst dir das Geburtstag, stimmt überhaupt nicht oder irgendwas. Auch mal die Dinge abzuspielen, die so nebendran laufen können. Also das ist halt nicht immer der schriftliche oder die E-Mail, die da reinkommt, sondern es könnte auch irgendwo, gerade wenn man mit anderen Dienstleistern zusammenarbeitet, eben über andere Dienstleister reinkommen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, nicht nur, dass es einen schlechten Eindruck macht, sondern es eben auch unter Umständen eben Versäumnisse sind, die dann entstehen nach der DSGVO, dass irgendwo jemand Beschwerde einbringt. Und sagt, jeder stimmt was nicht oder ich hab doch da meine Einwilligung zurückgezogen und so. Und das kommt eben an einem Weg oder auf eine Art und Weise an, die nicht so direkt bearbeitet wird oder im schlimmsten Fall sogar ignoriert wird. Also nach dem Motto, naja, da hat er halt jetzt nicht den Chef angeschrieben, sondern es ist jetzt irgendwo gelandet und es wird halt gar nicht bearbeitet. Das ist halt das Schlimmste, was dann eben passieren kann. Kommt aber auch häufig vor. Wo kann ich mich dann hinwenden oder beschweren, wenn was nicht klappt? Okay, dann können wir zum Teil B gehen. Anforderungen aus der DSGVO. Also was ich mir jetzt schenke hier, wir gehen jetzt nicht in die Paragraphen, weil ich glaube, das will jetzt keiner wissen, wo was steht. Das macht keinen Spaß zum Zuhören, deswegen gehen wir gleich mal durch die Themen durch, was steht da drin? Das heißt, da gibt es so dann B1, die zentralen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Das ist sozusagen Transparenz, hat man vorhin schon gesagt, Transparenz für den Betroffenen. Da geht es immer um den, dessen Daten verarbeitet werden. Dann geht es weiter mit der Zweckbindung, also wofür, zu welchem Zweck und eben Zweckbindung heißt ja, die sind an den Zweck gebunden. Das heißt, wie vorhin unser Beispiel, ich will dem was schicken, also ein Fenster liefern. Zweck ist eben nicht, um nachzugucken, was macht der sonst noch in Facebook. Ja, oder Werbung zu schicken oder irgendwie sowas. Da bräuchte ich schon wieder die Einwilligung. Das ist genau das. Also die Adresse fürs Liefern ist noch nicht die Berechtigung, dass ich die Erwerbung schicken darf. Und das ist so die Grenze. Und das ist ein schönes Beispiel, ein einfaches Beispiel für die Zweckbindung und auch für die Einwilligung. Das muss ich mir merken. Da kann man es sehr einfach erklären. Dann hat man es am Anfang schon mal, glaube ich, erwähnt, Datenminimierung. Das ist also für den Zweck, welche Daten brauche ich, wie du vorhin gesagt hast. Wozu brauche ich dein Geburtsdatum, um dir das Fenster zu liefern? Weil, okay, es gibt Fälle, da braucht man das Geburtsdatum bei bestimmten Waren, die nicht an Minderjährige, da wo es eine Altersbeschränkung gibt, ausgeliefert werden. Wenn ich zum Beispiel mir irgendwo Filme kaufe oder irgendwie, ja, Alkohol oder sowas im Laden kaufe, da wäre eine Prüfung. Wobei beim Onlinehandel, ja, insbesondere beim Onlinehandel im Laden eher weniger, aber … Es gibt ein schönes Beispiel, finde ich, also zwei schöne Beispiele, die ich dazu habe. Das eine Ding ist, wo wir da international immer wieder drüber stolpern, so in verschiedensten Umgebungen ist, rechtliche Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Also in Amerika ist zum Beispiel irgendwie so eine Grenze 17, ja, um ganz bestimmte Dinge online halt zu erhalten oder auch nicht. Bei uns gibt es die 17 Grenze nicht, ja, es gibt entweder bis Erwachsenen oder bis Jugendlichen, ne, so. Und da gibt es schon Unterschiede, die dann auch hier und da ganz merkwürdig werden, ja. Also wenn du ein deutsches Produkt irgendwie über so eine App-Store-Geschichte da vertreibst, dann wird dann auf einmal nach 17-Jährigkeit gefragt. Ach, ja, bist du schon 17 oder nicht? Das kann dann schon mal sehr merkwürdig sein. Und ein schönes Beispiel, wie man sowas mal positiv betrachten kann, also wie man sich tatsächlich mal Gedanken machen kann, wie man sowas gut hinkriegt. Die Frage nach dem Geburtsdatum, um jemand rauszubekommen, ob jemand eben schon 18 ist oder nicht. Es gibt ja diese schöne Funktion deines elektronischen Personalausweises, dass du den auch im Online verwenden kannst. Und da gibt es tatsächlich eine Funktion Abfrage der Volljährigkeit, ist genormt, also ist da fest, ja, ich sag jetzt mal, durchdacht worden und gibt es auch Prozesse für. Also als Portalbetreiber oder Webseitenbetreiber kannst du diese Funktion nutzen. Und da wird eben nicht das Datum abgefragt, sondern da wird eine Anfrage an deinen E-Perso gestellt. Und der rechnet dann im Prinzip aus, ob du über 18 bist oder unter 18, gibt nur ein Ja oder Nein zurück. Also gibt gar nicht das Datum raus, also rückt gar nicht dein Geburtsdatum raus, sondern sagt nur, Anfrage, ist der über 18 oder ist der unter 18, dann kommt ein Ja oder Nein zurück. Finde ich eine super Sache, woran man sieht, dass das eine nicht zwangsläufig das andere braucht. Und das ist nämlich genau diese Angemessenheit, die da abgefragt wird. Nämlich ist es denn notwendig und angemessen, das so zu machen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Muss man sich ein paar Gedanken drüber machen? Hier und da macht das dann auch mal Sinn, sich Gedanken zu machen. Der zweite Punkt, der da auch wichtig ist, nämlich die Erheblichkeit der Daten. Also ist das überhaupt notwendig, dass ich diese Daten erhebe, um diese Verarbeitung zu machen? Muss man sich einfach auch immer fragen? Ja, und dann logischerweise positiv oder eben negativ beantworten? Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Verarbeitung, die Anzahl der Daten, die da erhoben werden, eben dadurch zu minimieren, dass tatsächlich auf absolut das notwendigste Maß beschränkt wird. Und das sind die drei, denke ich mal, wichtigsten Punkte bei dem Bereich oder in dem Bereich Datenminimierung. Und vor allem dein Beispiel, das du gesagt hast, da musst du jetzt nicht den Personalausweis unbedingt nehmen, sondern auch wenn einer das abfragen muss, kannst du sowas ja auch in Software gießen, in dem du sagst, ich muss nicht das Geburtsdatum speichern, sondern ich muss nur das Ergebnis speichern. Bei manchen Sachen reicht das aus, um das nachzuweisen. War nur so ein Beispiel, weil das ist mir nochmal angefangen, weil das war damals mal eine sehr, sehr lange Diskussion beim E-Perso, wie man sowas realisieren kann und da wurde das dann tatsächlich so gemacht. Wobei natürlich die Angst oder Risikomanagement oft dazu führt, dass die Leute viel zu viel Daten sammeln. Manchmal ist das Risikomanagement der Feind der Datensparsamkeit. Datensparsamkeit, auch nochmal ein Punkt, weil es fällt mir auch gerade noch so ein, ganz klar, immer dann, wenn ich weiß, dass ich die Echtdaten eigentlich gar nicht mehr brauche, tatsächlich darüber nachzudenken, entweder die zu löschen oder eben dann mit Anonymisierung oder Pseudonymisierung zu arbeiten. Pseudonymisierung ist zwar nach DSGVO erstmal gleichzusetzen mit personenbezogenen Daten, aber nichtsdestotrotz ein besserer Schutz gegen Missbrauch, wie sie halt offen zu verarbeiten. Aber auch für mich immer wieder ein wichtiger Ansatzpunkt, da von vornherein darüber nachzudenken, wo habe ich Möglichkeiten im Prozess direkt mit Anonymisierung oder eben Pseudonymisierung zu arbeiten, um das zu optimieren. Das auf jeden Fall, du kannst die dann verkürzen oder vereinfachen. Da gibt es jetzt einen schönen Ansatz und zwar iOS, was ist das nächste? 14, ne? Was kommt? Da ist eine Funktion drin, da baut Apple noch ein paar Privacy-Funktionen ein. Eine fand ich besonders spannend und zwar für so Wetterdienste und so, da kannst du sagen, nee, ich gebe dir nicht meinen Standort, sondern nur die Region, in der ich bin. Also für die so Standardwetterdienste reicht das vollkommen aus, denn die Wettermodelle, die passen eh nicht hundertprozentig auf deinen Standort, sondern wenn du mal wissen willst, so welche Temperatur haben wir und so oder was sagt die Wettervorhersage, da reicht es aus, in welcher Region du bist. Also du kannst quasi da auch ungenaues Datum rausgeben, finde ich interessant und das spielt auch in das Thema mit rein, also wie genau brauchst du das, eine Genauigkeit. Was fasst schon auf den nächsten Punkt führt, Richtigkeit. Sind die Daten auch richtig? Klingt jetzt recht einfach, ist auch ein kurz abgehandelter Punkt, aber ist trotzdem wichtig. Das heißt, wenn du irgendwie was ableitest aus der Information, zum Beispiel wenn es jetzt um Gehaltsabrechnung geht oder sowas, da ist die Richtigkeit schon wichtig oder wenn Entscheidungen davon abhängen, als wenn man irgendwie so mit Behörden zu tun hat und irgendwelche Genehmigungen, das ist natürlich auch wichtig, dass die die richtigen Daten von der richtigen Person verarbeiten, damit dem Betroffenen kein Schaden entsteht. Und darüber hinaus natürlich einfach Prozesse zu haben und Klarheit darüber zu haben, wie Daten berichtigt werden. Also dann, wenn ich feststelle, mein Beispiel ist zum Beispiel, du ziehst um, dann ändert sich die Adresse. Was passiert in vielen Fällen, habe ich also auch persönlich schon erlebt, dann hast du auf einmal zwei Adressen irgendwie. Weil das einfach in manchen Firmen nicht wirklich klar geregelt ist, okay, wie können die feststellen, was ist denn jetzt eigentlich die Richtige? Dann dauert das halt eine gewisse Zeit, bis sich das mal dann so, ich sage jetzt mal, durchgesetzt hat, ist eigentlich kein guter Weg, sondern es muss klar sein, da hat jemand eine neue Adresse gemeldet, dann fliegt alles Alte raus, das Neue ist jetzt das Gültige. Und da muss man sich halt eben über die Prozesse halt auch mal Gedanken machen, wie sowas dann auch in so einer Firma funktioniert. Dann kommen wir zur Speicherbegrenzung. Ja. Ich würde mal sagen, kann man einfach erstmal übersetzen, so das Hauptthema zeitlich befristet. Kostet ja heute nichts mehr, so eine Festplatte ist ja billig, dann speichern wir das halt nochmal. Begrenzen heißt, ja, könnte man machen über die quasi Speichergröße, aber auch über die Speicherdauer sozusagen, dass halt Daten wieder verschwinden oder eben, wird da vorgeschlagen, pseudonymisieren, anonymisieren, löschen. Hat man vorher schon mal angesprochen, genau. Das ist ein schönes Beispiel aus dem alten Leben eines Zauberers. Wollte ich schon sagen, aus dem alten Rom. Nee, aus dem alten Rom, so ganz so lang ist es noch nicht, aber es kommt fast hin. Nee, saßen wir mal zusammen mit einem etwas größeren Umfeld, mit einem größeren Kunden und dann sitzt dann der Techniker da ganz aufgeregt. Und Techniker sind ja nochmal ein besonderer Schlagmenschen, ja. Und da kam dann auch die Frage auf, ja, was ist denn eigentlich so mit den Daten, wo sind die und wie ist es mit Backup und so. Und der dann voller Stolz erzählt, hier ist gar kein Problem, wir haben selbst die ersten Festplatten, die wir da eingebaut haben, die habe ich alle aufgehoben. Und die liegen bei mir im Regal, da ist noch alles drauf von 1840 bis 1860. Weißt du, so voller Stolz, ja, weil was Besseres kannst du dir ja nicht vorstellen. Und alle satzen total geschockt da und so, Moment mal, hatten wir nicht vereinbart, dass die so und so und dann müssen die gelöscht sein und so. Ach so? Und das ist echt ein Thema. Also das hört sich jetzt witzig an, aber umso mehr wir in diese Situation reingekommen sind, in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer stärker, dass Speicherplatz eben keine Kostenfrage mehr ist und auch keine physikalische Begrenzung mehr hat. Also durch Cloud-Dienste ist es halt egal, ob die Festplatte bei mir jetzt liegt oder eben 500 Kilometer entfernt in irgendeinem Rechenzentrum. Und da auch nicht auf einer, sondern verteilt auf zig Anlagen. Umso weniger macht man sich da tatsächlich Gedanken drüber und man muss sich aber die Gedanken machen. Wo sind die Daten? Habe ich das sauber begrenzt? Also im Sinne von, lösche ich die dann auch, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Oder mache ich technische Verfahren, die quasi einem Löschen gleichkommen? Pseudonymisieren, anonymisieren. Muss man sich dann halt genauer angucken. Schöner Fundort. Geh mal in irgendeine Firma rein und guck ins E-Mail-System. Du findest garantiert Leute, die haben die erste E-Mail noch. Also quasi vom Beginn des E-Mail-Systems. Also ich habe mal erlebt hier irgendwo ein E-Mail-System. Da war es wirklich so, E-Mail-System wurde eingeführt und es gibt garantiert Leute, die löschen nie. Ich bin mehr so ein Fan von Mut zum Löschen. Ja, absolut. Dann kommen wir... Ja, Mut zum Löschen ist eigentlich ein guter Stichpunkt. Also was man ja auch so im privaten Umfeld sehr, sehr häufig feststellt, ist ein schönes Beispiel, finde ich, Fotografie. Mit der digitalen Fotografie. Früher hattest du analoge Fotografie, also so ein Band mit einer chemischen... Da war ein Kunststoffband drin mit einer chemischen Beschichtung und da musste Licht drauf fallen über eine Optik, entsprechend geschärft. Hatte es dann ein Abbild gegeben, wurde dann chemisch behandelt und dann kam da ein Bild raus. Und du hattest so Filme, Größenordnung 24 Bilder, 32 Bilder, das war so die Größenordnung. Da bist du in den Urlaub gefahren, wenn du schon viel fotografiert hast, hast du irgendwie 4, 5, 6 Filme dabei gehabt. Da kamen dann, sag ich jetzt mal, vielleicht 150, 200 Bilder raus, das war schon viel. Da haben die Leute schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn du mit 200 Bildern zurückgekommen bist. Heute machen wir Bilder von allem und nicht nur 100, sondern Tausende. Und mal ganz im Ernst, wie viel von dem Kram wird aufgehoben, weil man es nicht wegschmeißen will. Also im Sinne von, ich weiß ja nicht, ob ich es nochmal brauche. Und da gibt es eine ganz tolle Regel, also ich mache das zumindest so einfach. Mut zum Vergessen heißt bei mir, alles was nach einem Jahr, nach zwei Jahren, das kommt ein bisschen darauf an, was es gerade geht, aber ich sage jetzt mal, spätestens nach zwei Jahren, was nicht angefasst wurde und nicht mehr angeguckt wurde, wird einfach geschreddert. Das wird halt einfach gelöscht und dann ist weg. Und ich lebe immer noch, also es geht, es funktioniert. Die Leute, die Panik kriegen hier und ihren SMS-Verlauf oder ihren Chat-Verlauf. Ich habe WhatsApp und ich will meinen Verlauf bis zum ersten Tag. Das ist genau dasselbe, wo ich sage, nee, wozu? Also das ist so, da wäre es gut, also da würde ich den Mut mal den Herstellern wünschen, um da ein bisschen einzuschränken. Also da wird geschrien von den Usern nach, ich will das übernehmen. Okay, es gibt einen legitim Grund, bestimmte Dinge auf Nachfolgegeräte zu übernehmen. Das wäre so das Thema Verfügbarkeit von Daten, hat man vorhin, aber auch mal Mut zu löschen. Ja, ein schöner Punkt, weil ich finde das so aus der Praxis auch immer mal ganz interessant, dieses zu übernehmen auf ein neues System, sich das wirklich zu überlegen, wirklich mal ganz klar aufzuschreiben, was ist es denn? Was brauche ich denn wirklich? Was da sehr, sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren, ist schlicht und ergreifend, also mal um positive Effekte von sowas wie Cloud auch mal nach vorne zu bringen, dass eben gar nicht mehr auf deinem lokalen Rechner überhaupt irgendwie größer was sein muss, sondern dass das in der Cloud und da eben zentral geregelt relativ gut zu organisieren ist. Und ich kenne das, also ich als alter Zauberer habe da am Anfang auch so meine Schwierigkeiten mit gehabt, dieses, ich bin es aber gewohnt, das lokal auf meiner Festplatte zu haben, ja, und dann eben doch nochmal zu kopieren und man weiß ja nicht, ne, wie Cloud, wenn da was passiert, nee, nee, ist besser, wenn ich es auch selber irgendwo auf einer Festplatte habe und so, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da dran. Lass das einfach weg, heutzutage brauchst du einen Rechner, nicht riesige Festplatten, um irgendwas zwischenzulagern, weil dieses Zwischenlager eher mehr Probleme macht, als das es einem nützt und mal ganz im Ernst, im Falle, dass man es dann braucht, weil wirklich jemand noch von 1800-Bitspatsch irgendeine Mail von dir verlangt, da stirbt keiner von, wenn die nicht mehr da ist. Also ich habe noch nichts erlebt, wo das wirklich jemand echt gebraucht hätte, ja, so irgendeinen alten Kram, irgendwelche Fotos von weiß ich nicht oder irgendwelche E-Mails. Du hast ja auch die Zeit nicht, also Datenmessi, wenn du bist, das hilft dir doch nichts, du findest doch nichts mehr. Ja, eben. Und du tust dich schwer, das zu schützen, wobei wir dann bei der Vertraulichkeit wären und da ist eigentlich hier, wenn man da mal reinguckt, den Text nur noch der Unterschied, wir haben es vorhin schon erklärt eigentlich, aber was noch dazu kommt, so eine Verpflichtung. Das heißt, da gibt es auch natürlich formelle Verpflichtungen, die Leute darauf hinzuweisen, weil die sollten es auch wissen und dann bestimmte Regeln, also dass ein Datenschutzbeauftragter auch Dinge geheim halten muss, also sowas wie eine Schweigepflicht steckt da noch mit drin. Was wir jetzt leider ein bisschen übersprungen haben, Integrität, das ist auch noch, ne? Ach, da machen wir auch, zu schnell gescrollen. Aber Fehlerfreiheit hat man aber auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja, klar. Also gucken, dass dann jemand irgendwie drauf kann, irgendwas verändern kann, ohne dass ich es mitbekomme. Und ja, das muss halt gewährleistet sein. Aber ich finde, Vertraulichkeit, Integrität und auch Verfügbarkeit, das sind aber auch Werte, in Anführungszeichen, die wir schon relativ gut gewohnt sind, aus der Sicherheit heraus, aus der Security heraus. Das sind die klassischen Schutzziele. Ja, dann geht es weiter mit einer Rechenschaft zur Nachweispflicht. Das ist dort, wo ich Dinge nachweisen muss. Wie tue ich das? Und auch das, was am Anfang in der DSGVO steht, sozusagen Dokumentation, also als Unternehmen, wie kann ich darstellen, dass ich was gemacht habe? Und das Standard-Datenschutz-Modell ist ja auch ein Teil in sich selber dann davon, dass ich sozusagen nachweisen können muss, wenn ich so eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht habe und so weiter. Genau. Jo, dann steht hier Identifizierung und Authentifizierung. Ja, das ist relativ klar. Das sind zwei schöne Begriffe. Also Identifizierung, wer ist derjenige? Wie kann ich feststellen, dass das auch der Richtige ist? Und wie kann ich dann auch feststellen, dass ich dem Richtigen sozusagen das Recht gegeben habe, etwas zu tun? Also es ist ja berechtigt, die Daten zu haben. Angucken. Also das typische Ding, was jeder kennt, Username, Passwort oder Mehrfaktor-Authentifikation, Username, Passwort und dann noch irgendeine Chipkarte irgendwo reinstecken, solche Sachen. Also auch nichts, was jetzt für den Datenschutz neu erfunden wird. Genau. Dann Unterstützung bei der Wahrnehmung der betroffenen Rechte. Da waren wir vorhin schon mal bei unserer Kette. Das heißt, wie wird das umgesetzt? Welche Maßnahmen habe ich dazu? Wie kann der seine Rechte ausüben? Das heißt, die rechte Auskunft und Berichtigung der Daten, Löschung von Daten, wenn es einen Grund gibt, die auch löschen zu müssen. Ja, also nicht ins Leere laufen, so nach dem Motto, ich frage jetzt da mal an, ich hätte ja mal eine Frage zum Datenschutz und alle zucken die Schultern und sagen, was Datenschutz noch nie gehört, ist dann nicht der richtige Weg. Genau. Kommt hier quasi in diesen Detailschritten. Das heißt, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Rechte, die Berichtigungsmöglichkeiten hat man gerade schon eben, Fehlerfreiheit bis hin zur Löschbarkeit oder Änderung der Daten. Auch die Einschränkung, das ist so ein Punkt. Und zwar, ich kann meine Verarbeitung einschränken. Das heißt, ich kann sagen, das eine darfst du nicht mehr. Also du musst zwar die Daten da nicht löschen, aber die sind nur noch eingeschränkt. Das heißt, bei der Einwilligung den Zweck zurückschneiden oder… Aber wo es sehr, sehr häufig vorkommt, ist bei anderen Dingen, nämlich wo Einschränkung meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, ich habe, um den Vertrag zu erfüllen, brauche ich die und die und die Daten, alles wunderbar, dann habe ich den Vertrag erfüllt. So, und da wird eine Rechnung geschrieben, die Rechnung ist rausgegangen, ist irgendwie bezahlt worden. So, und jetzt habe ich aus anderen rechtlichen Beweggründen und Vorgaben, die ich zu beachten habe, Handelsgesetzbuch, was weiß ich, bürgerliches Recht und so weiter und so fort, muss ich noch irgendwas nachweisen. Zum Beispiel, wer hat wann wie viel an mich bezahlt und weswegen. Dazu muss ich aber unter Umständen eben nicht mehr alle Daten aufheben, sondern da brauche ich zum Beispiel, was bei Rechnungen üblich ist, halt wirklich nur noch die Rechnung aufzuheben. Da muss ich nicht nur aufheben, wann hat der das erste Mal mit mir Kontakt aufgenommen, welche E-Mails hat er mir alle geschrieben und sonst irgendeinen Krempel, sondern halt tatsächlich nur, das war die Leistung, die ist erbracht worden, zu dem, dem Zeitpunkt. Dann ist Rechnung gestellt worden, die ist bezahlt worden, Dankeschön. Das sind dann die Daten, die noch gebraucht werden und nicht mehr und nicht weniger. Und das heißt, da muss ich mir immer wieder Gedanken machen, bei so verschiedenen Verarbeitungsschritten auch, wann brauche ich welche Daten, wofür und wenn die Zwecke eben sich ändern, eben auch da zu gucken, Datenminimierung, tatsächlich nur noch das aufzuheben, was notwendig ist und nicht mehr jeden Krempel, den sowieso kein Mensch interessiert, der aber ein gewisses Risiko birgt, weil, wie gesagt, personenbezogene Daten grundsätzlich Risiken bergen und das ist hier auch mit gemeint. Und ich greife mal dein Beispiel von vorne auf. Arbeitsteilung, also jetzt nicht im Sinne mehrere Firmen beteiligt, sondern mehrere Menschen in der Firma an so einem Abrechnungsprozess beteiligt. Nicht jeder muss die Rechnung aufbewahren und sich eine Kopie machen, also was ist das Original, was ist die Rechnung, die aufbewahrt wird und für welchen Zweck und nicht die Rechnung überall aufbewahren. Also ich habe schon erlebt, dass dann Leute meinen, wenn ich eine Rechnung kriege, dann speichere ich die ab, ich lasse die im E-Mail-System, weil ich muss sie aufbewahren, ich speichere sie auf meinem Rechner ab, ich muss sie aufbewahren, dann speichere ich sie noch im System, dann gibt es ein Buchhaltungssystem, das heißt die Rechnung wird 25 Mal aufgehoben, das ist nicht damit gemeint, sondern aufbewahren, definieren, wo ist das Original, den Prozess angucken, weil nur so kriegt man das in den Griff. Genau, dann kommt ein schöner Punkt, der ist neu, nämlich damit gemeint dann tatsächlich, also was ja sehr häufig passiert ist, dass Daten bei mir, personenbezogene Daten bei mir jetzt als Firma verarbeitet werden. Jetzt sage ich als Kunde, möchte ich aber nicht mehr bei dir, sondern irgendwo anders, so ein typisches Beispiel, ähnliche Verarbeitungszwecke bei unterschiedlichen Firmen, kommt ja sehr, sehr häufig vor in unserem Zeitalter, gerade in diesen Cloud-Umfeldern. Und da ist Datenübertragbarkeit halt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dafür zu sorgen, dass ich als der Nutzer, als der Betroffene, die Daten von der einen Firma bekomme und dann irgendwo anders da wieder einsetzen kann und auch selber nutzen kann. Und nicht nach dem Motto, ja, du kriegst jetzt in der Form, sage ich jetzt mal, wo du dir mit dem Abba-Kurs irgendwie noch was überlegen musst, wie du die umrechnen kannst, damit du damit was anfangen kannst, sondern die muss nach der DSGVO so aufbereitet sein, dass es ein übliches Verfahren ohne so einen Riesenaufwand tatsächlich auch in anderen Verarbeitungsverfahren dann verwendet werden können. Also das ist einer der Punkte, ich würde sagen, da ist noch Neuland, weil der ist auch neu, also löschen, ist viel diskutiert, ist aber auch schon, würde ich sagen, angekommen, Datenübertragbarkeit noch nicht, also wenn ich mir nur überlege, jeder versucht da gerade was und da muss man mal warten, da bin ich mal gespannt auf erste Urteile oder so oder Klagen. Ich habe mir auch schon ein paar überlegt, aber noch nicht durchgeführt, also versuch du mal, wenn du so einen Fitness-Tracker hast irgendwo, also, du kriegst die Daten raus, also, du kannst dir einzeln jedes Training runterladen, das stellen die dir sogar in einem gemmigen Format bereit, PDF, da kenne ich so ein Portal, da kannst du dein Training runterladen, PDF, so. Jetzt mach du mal über zehn Jahre lang jeden Tag oder jeden dritten Tag ein Training und dann das Einzelne mit PDF runterladen, erfüllt das diesen Punkt, der hier im Artikel 20 steht? Ich weiß es nicht. Also da würde ich sagen, Potenzial nach oben. Das ist absolut und das ist auch noch, was uns lange beschäftigen wird und meiner Meinung nach auch, wo man ein bisschen vorsichtig damit sein muss, wo man sich letztendlich immer so ein bisschen hinterfragen muss, was damit tatsächlich gemeint ist und was das für mich als Betroffener für Vorteile bringt oder beziehungsweise eben keine Vorteile bringt. Also Interoperabilität über alles und über immer ist da ja letztendlich auch nicht gemeint und es muss natürlich auch irgendwo eine sinnvolle Sache sein. Werden wir aber noch sehr, sehr lange damit zu tun haben, aber es macht absolut Sinn, sich hier schon mal Gedanken darüber zu machen, ob man properitäre Dinge tut. Das hat auch sehr viel mit Transparenz zu tun, finde ich. Nämlich, wie kann man ein System so aufbauen, dass man eben diese Interoperabilität herstellt, da wo sie denn auch sinnvoll ist und wo kann man entsprechend auch natürlich über Transparenz in einem Kunden oder Betroffenen auch klar machen, wo es eben nicht sinnvoll ist. Also Interoperabilität über alles macht ja nicht auch wirklich Sinn. Also zwei Dinge fallen mir dazu noch ein und zwar einmal das Beispiel, das du vorhin hattest, die Corona-Warn-App, die momentan an der Landesgrenze Halt macht. Das ist ein Thema, da wird auch gerade gekämpft mit Interoperabilität. Ist zwar jetzt nicht unter dem Aspekt hier, aber zeigt, dass das Thema nicht trivial ist und wo die Grenzen sind und wir werden dazu eine ausführlichere Sendung auch mal machen, weil das ist der Erwägungsgrund 68, das heißt in ungefähr 60 Folgen von unserer anderen Podcast-Reihe werden wir das aufgreifen und dann mal intensiv diskutieren. Aber Leute, bis dahin gibt es vielleicht auch schon ein Urteil, bis wir die Folge aufnehmen, da müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Jo, was haben wir als nächstes? Nächster Punkt ist auch super, schön. Eingriffsmöglichkeit in Prozesse automatisierter Entscheidungen. Erklär mal, was automatisierte Entscheidung ist, glaube ich. Naja, also du hast ein System, wo deine Daten einfließen und eben vom System zu Entscheidungen führen. Nennen wir mal ein einfaches Beispiel, Kreditvergabe, es wird gerne gemacht, wird vielleicht Bonitätsprüfung eben nicht über einen Menschen, der da sitzt, gemacht, also nach dem Motto, der holt den Akt raus von dem lieben Patrick, also von mir und guckt sich das an, wie hat der alte Zauberer die letzten 20 Jahre dann so gelebt und wie hat er bezahlt und so weiter. Und dann wird abgewegt, ja, ist ein alter Zauberer nur mit grauem Bart oder geht es auch anders und dann kommt dann irgendwie eine Entscheidung raus, sondern eben automatisierte Entscheidungen nach dem Motto, da sind die ganzen Daten eingeflossen und da läuft ein Algorithmus, der dann entscheidet, hat eine Bonität oder hat keine Bonität, kriegt den Kredit oder kriegt den Kredit nicht. So, und da ist halt immer das Problem oder haben wir jetzt ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit zu tun gehabt, nämlich mit dieser Frage, wie objektiv können denn solche Algorithmen überhaupt sein und was ist Objektivität? Nehmen wir nur dieses einfache Beispiel, was wir jetzt gerade haben mit Rassenproblematiken, die wir haben jetzt hier mit der Polizei in den USA oder eben auch ungerechte Behandlung, diese MeToo-Debatte und so weiter und so fort. Genau solche Dinge haben wir bei so ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Prozessen, wo es nur um Kreditvergabe geht, natürlich auch. Und da muss eben Möglichkeit bestehen, eben dass nicht nur automatisiert nach Algorithmen entschieden wird, sondern dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, da auch Einspruch einzulegen und zu sagen, nee, ich möchte bitte, dass da nochmal drauf geguckt wird. Und Kreditwesen, da funktioniert das meiner Meinung nach eigentlich ganz gut, weil da ist es sehr offensichtlich, ja, aber es gibt sehr, sehr viele andere Prozesse, die eben auch automatisierte Entscheidungen treffen, wo es nicht unbedingt so eindeutig ist, dass da viele Entscheidungen. Dass du quasi einen Parameter nochmal überprüfen lassen kannst oder ändern kannst, wenn der fehlerhaft ist und ist das überhaupt möglich? Wie ist das entstanden? Wie ist diese Entscheidung denn überhaupt, nehmen wir künstliche Intelligenz, ein Riesenproblem bei der künstlichen Intelligenz ist, dass du eben nicht sauber nachweisen kannst und erklären kannst, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Ja, und da sind wir auch eigentlich, den nächsten Punkt haben wir schon miterklärt, Fehler und Diskriminierungsfreiheit beim Profiling ist genau das Thema, hast du schon erwähnt, wie kann das fehlerfrei sein, wie kann das nicht diskriminierend sein, dass da eben nicht irgendwo eine Gruppe bevorzugt oder benachteiligt wird und so weiter. Das ist vor allem im KI-Umfeld ein spannendes Thema und nicht zu unterschätzen, kann sich rächen. Absolut. Ich erinnere mich da immer an den Bot von Microsoft, der zum Nazi wurde, den sie dann abschalten mussten, weil es nicht vorhersehbar war, was da passiert. Also was ich auf der einen Seite finde, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich bei, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt mal schätzungsweise 90 Prozent der Dinge, mit denen du mit Datenschutz zu tun hast, haben mit diesen beiden Punkten eigentlich relativ wenig zu tun, aber bei den 10 Prozent oder von mir aus sind es auch weniger, dann halt umso mehr. Ja, und da muss man sich wirklich dann mal echt einen Kopf machen und da sind wir auch noch lange nicht bei einer Lösung oder bei einem Vorgehen, wo man sagen kann, ist klar, also ich denke, da werden wir noch ein bisschen mit zu tun haben. Und dann kommen wir zum Punkt Voreinstellungen, Datenschutz durch Voreinstellungen. Also genau. Ich mache jetzt das Kugel-Thema nicht auf, das habe ich fast in jeder Sendung, aber das ist ein Musterbeispiel dafür, dass eben Voreinstellungen eben nicht passen und nicht datenschutzfreundlich sind. Und das ist eins der größten Ärgernisse, dass sozusagen eigentlich datenschutzfreundlich voreingestellt sein soll und nicht irgendwie, ja, anbieterfreundlich. Also dieses Schlagwort Datenschutz by Default, Privacy by Default, ja, das funktioniert am Zuma ganz gut und da sieht man das auch und es gibt sehr, sehr viele, leider sehr, sehr viele Beispiele, wo es überhaupt nicht gut funktioniert, also wo es genau umgekehrt ist. Das sind auch die Punkte, da muss man sich echt einen Kopf machen, finde ich, weil das sind Punkte, die relativ schnell auch mal vor Gericht landen. Manchmal sehr eindeutig, manchmal eben nicht. Was die Cookies angeht, haben wir da noch lange für zu kämpfen, dass das mal anders wird. Ich weiß auch nicht so ganz genau, woran das eigentlich liegt, weil es geht auch anders, es gibt Firmen, die haben da ganz gute Beispiele, wie es gut funktionieren kann und andere, die sich da halt nicht so dran halten. Aber ich finde das schon auch ein wichtiger Punkt, also den Datenschutz, also eher ein Opt-in statt ein Opt-out, also um das mal mit den alten Schlagwörtern nochmal zu belegen, also nicht nach der Verarbeitung der Daten praktisch abwählen zu lassen. Also nach dem Motto ist eingestellt, du musst halt sagen, wenn du es nicht haben willst, sondern umgekehrt, du musst sagen, wenn du das erlaubst. Ja, das ist halt hiermit gemeint. Und dann kommen ein paar Punkte, die hängen eigentlich ziemlich eng zusammen. Nächster Punkt wäre die Verfügbarkeit, hat man vorhin schon mal gesagt, dass die Daten da sind. Spannender finde ich den nächsten dann Belastbarkeit, weil der ist so neu. Resilienz, das heißt, hält mein System das aus? Widerstandsfähig, da gibt es verschiedenste Aspekte, kommt halt darauf an, was ich gerade mache. Das heißt, ich biete einen Dienst an, ist der dann auch da? Klar, hängt natürlich immer vom Verarbeitungszweck ab, weil wenn ich jetzt mal irgendwo ein Online-Spiel anbiete, ist das Thema aus Sicht der personenbezogenen Daten mit einer Belastbarkeit, weiß ich jetzt nicht so ein Beispiel, wo es so hochkritisch ist, aber auf der anderen Seite, wenn ich hier irgendwo, nehmen wir wieder das Kreditverarbeitung und so weiter. Das heißt, wenn dann irgendwo die Systeme das überhaupt nicht mehr hergeben und ich dazu überhaupt keine Möglichkeit habe, irgendwas zu tun. Das heißt, man hat so eine automatisierte Kette, weil wir waren ja bei den Automatisierungssachen und dann wird automatisch geprüft, hier bist du kreditwürdig und so weiter. Und dann fehlt es an der Belastbarkeit. Das heißt, viele tun was gleichzeitig und dann geht es ganz schief, weil du plötzlich blockiert bist, ausgespürt wirst oder gar nichts hast. Ja, oder eben auch, was sehr, sehr häufig auch unter Belastbarkeit natürlich zu sehen ist, widrige Umstände, die eigentlich mit der Verarbeitung selbst gar nichts zu tun haben. Also im Sinne von Naturkatastrophen zum Beispiel, also die in der heutigen Welt eben nicht allgegenwärtig jeden betreffen, sondern eben zum Beispiel ein Rechenzentrum, das irgendwo in, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Timbuktu oder so liegt und ich eigentlich gar nicht realisiert habe, dass meine Daten da verarbeitet werden. Ja, und auch das muss natürlich im Sinne der Verfügbarkeit eben mit der Belastbarkeit, ich sage jetzt mal, mit dem, was ich da tun möchte und aus welchem Zweck und aus welchem Grund ich das tue, natürlich auch irgendwie in Einklang gebracht werden können. Also letztendlich ein Punkt der Verfügbarkeit, wenn du so willst. Ja, und auch mit Zusammenhängen tut das nächste da Wiederherstellbarkeit dazu, dass sozusagen, wenn was kaputt ist oder wiederhergestellt werden muss, weil was ausgefallen ist, dass es auch wiederherstellbar ist, verschiedenste Dinge. Und zwar so, dass es auch wieder funktioniert. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist Backups einzuspielen, die dann so uralt sind, dass die Daten, die da drinnen verarbeitet werden mit dem, was da die letzten, sage ich jetzt mal, 15 Jahre basiert ist, nichts mehr zu tun haben. Macht wenig Sinn, dann kann ich auch gleich von vorne anfangen, aber nur mal so ein bisschen übertrieben, das darzustellen. Was sehr, sehr häufig passiert, ist einfach, dass so Backup-Konzepte nicht wirklich so tragend sind, dass ich zum einen relativ aktuelle Daten wiederherstellen kann und zum anderen, wenn ich es dann nicht kann, dann aber auch den Nutzer entsprechend darauf hinweisen kann und das entsprechend, ja, ich sage jetzt mal, steuern kann. Dass dann klar ist, hey, das sind Daten, die sind halt ein bisschen älter, da müssen wir jetzt mal eine Aktualisierung durchführen und der Nutzer kriegt das dann auch mitgeteilt. Ja, vor allem, wenn ich ein Backup mache, da habe ich ja schon 80 Prozent des Weges gegangen, nee, ich glaube eher 20, weil die Wiederherstellbarkeit, also Disaster Recovery, das Zurückspielen, sind wahrscheinlich die 80 Prozent, die du bräuchtest, weil das ein Backup nicht funktioniert und kaputt ist, das ist ein Thema, das ist sehr häufig, also Backups zu haben, schön, aber lass die dann auch funktionieren. Oder du wechselst das System, du hast einen Backup, einen neuen Rechner, neues Betriebssystem, das alte Backup, ja okay, dann wäre wieder Mut zur Löschung, dann schmeiß auch deine Backups weg oder so. Nee, aber so, muss man ankommen. Muss halt in Einklang mit dem, was du da als Rechtsgrundlage hast, wenn du einen Vertrag hast, das zur Verfügung stellst, dann wäre es halt schlecht, wenn man es einfach wegschmarrt. Genau, also bei den Fotos würde es helfen, die zu verlieren. Nächster Punkt ist die Evaluierbarkeit. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, alle die Maßnahmen, von denen wir eben so am Rande so ein bisschen gesprochen haben, also wir haben ja noch keine Maßnahmen an sich genannt, aber zu diesen, ja, Gewährleistungszielen gehören ja dann letztendlich auch immer Risiken, nämlich die Risiken, die dazu führen, dass diese Gewährleistungsziele nicht erreicht werden. Und um diese Risiken runterzukriegen, macht man halt irgendwelche, vereinbart man irgendwelche Maßnahmen oder macht sich Maßnahmen, die dann dafür sorgen, dass das eben nicht passiert oder nur sehr selten passiert. Und das muss halt überprüfbar sein, also alles, was ich da tue an Maßnahmen, was ich da mir vorstelle, Löschen, Backups, wie auch Transparenz gegenüber den Betroffenen, muss ich letztendlich auch überprüfen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nützt mir ja alles nichts, wenn ich es auf Papier gut hingeschrieben habe und es liest sich toll, wenn ich dann aber niemals, auch ohne dass es jetzt unbedingt eintritt und passiert, mal gucken kann, ist denn das, was ich mir da überlegt habe, überhaupt umsetzbar. Ja, und der vorletzte Punkt hier in dieser langen Liste, die Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen, das ist richtig Geld wert, da kannst du Geld verdienen, weil wenn man guckt auf die Strafen, die bei Verstößen stehen, Höchststrafe bisher, Google mit 50 Millionen, die jetzt noch eine, die haben jetzt noch eine Instanz höher, glaube ich, eine Möglichkeit haben, aber ich gehe davon aus, die zahlen das. Und wenn ich natürlich sauber arbeite und dann auch Maßnahmen habe, wo ich quasi sowas in den Griff kriege, dann ist das ein gutes Mittel, sozusagen sowas auch mit einzuplanen. Also wie gehe ich damit um? Das sind so begleitende Maßnahmen, Prozesse. Wie gehe ich mit Datenschutzverletzungen um? Habe ich dafür vorgesorgt? Was tue ich bei einer Panne? Wie arbeite ich zusammen? Wie informiere ich den Betroffenen? Das ist so ein Thema im Risikomanagement, so nach der DSGVO, wo keiner wusste, was kann mir passieren? Oh, geht bis 20 Millionen oder gar höher bei großen Unternehmen. Dann ist natürlich auch immer ein Thema, was tust du, wenn mal was schief geht, was tust du, um das dann abzumildern? Weil das spielt dann auch eine Rolle, wie hoch deine Strafe ausfällt letztendlich. Und dann ist das Risiko vielleicht auch wieder managebar und eben nicht exorbitant hoch, weil das Risiko ins Maximum, also sozusagen ist es sehr einfach, einen Risikoprozess aufzusetzen, wo du immer beim höchsten landest, aber dann bist du auch nicht mehr handlungsfähig. Also das ist so ein Thema, da ist auch, würde ich sagen, Mut und da muss man gut drüber nachdenken, sozusagen, bin ich da noch richtig unterwegs oder nicht oder baue ich mir da nicht selber da noch Fallen? Und das ist so ein Thema, da kann so eine Behebungsstrategie, also Gegenmaßnahmen, ich lasse jetzt Mitigation, verstehe dann eh keiner mehr. Also quasi, wie kann ich dem entgegenwirken? Solche Sachen sind da wichtig. Und dann haben wir noch am Schluss angemessene Überwachung der Verarbeitung. Auch wichtig. Dass ich Datenschutzverletzungen feststelle, dass ich auch nachgucke, kontrolliere. Ja, grundsätzlich einfach mal, also grundsätzlich zunächst mal gucke, dass das, was ich mir da überlegt habe in der Verarbeitung auch tatsächlich stattfindet. Und natürlich alle Maßnahmen, die ich zum Datenschutz gemacht habe, auch zur Security, dass die auch wirksam sind und dass das eben auch genauso umgesetzt ist. Was meiner Meinung nach da so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist wegzukommen von dieser, ja, sagen wir mal eher theoretisierenden Datenschutzansicht. Ja, oder wie funktioniert Datenschutzmanagement? Ich dokumentiere und dokumentiere und dann gucke ich mir die Dokumente an und dokumentiere. Was sind die, ist das angemessen und schön? Kann das überhaupt funktionieren? Und dann wird wieder dokumentiert. Und zum Schluss habe ich mir ganz viele Dokumente angeguckt, aber eben gar nichts aus der Praxis. Ich habe überhaupt nicht geguckt, ob das, was ich mir da überlegt habe, auch wirklich umgesetzt werden kann, ob das gelebt wird. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, ob ein Authentifikationsmechanismus, den ich mir überlegt habe, um rauszukriegen, wer ist denn da berechtigter Mitarbeiter, der an so einem System die und die Daten sieht. Wenn ich mir das nicht in der Praxis angucke, nützt mir das auf dem Dokument gar nichts. Und dazu gehört Überwachung der Verarbeitung. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man tun kann, unter anderem zum Beispiel sowas wie Logging, zu gucken, also nicht nur aufzuschreiben in einem System, wer hat sich zu welchem Zeitpunkt mit welcher Verarbeitung wo angemeldet und gemacht. Das ist das typische Locken von, ja, ich sage jetzt mal Zuständen innerhalb von so einem System. Nützt mir nichts, wenn ich da nie reingucke. Das ist auch so ein typisches Datenschutzthema. Es wird überall gelockt, wo der Patrick oder der Jack sich da eingeloggt haben, was sie sich alles angeguckt haben, aber das wird dann halt gelockt. Aber es gibt keinen, der sich das anguckt und vor allem mal überprüft, darf der Jack das überhaupt? Genau, und dann hättest du auch das Problem, dann hättest du auch nicht mehr die Berechtigung. Dann wäre dein Lockpfeil nicht mehr angemessen, wenn du den Zweck gar nicht erfüllst, weil du nicht kontrollierst, lieber Patrick. Und ich sage jetzt mal so aus der Praxis eines alten Zauberers, der Jahrzehnte unterwegs ist, das kommt sehr, sehr häufig vor. Das greifen wir dann nochmal auf beim Erwägungsgrund 87. Das waren jetzt die, weißt du noch, wie die Überschrift war? Das waren die 23 zentralen Punkte aus dem DSGVO, die zentralen Anforderungen. Ja, und damit kommen wir zu B2. Das ist jetzt meine Frage, ob wir die zum irgendwann späteren Zeitpunkt mal weitergehen. Weil wir jetzt Halbzeit haben, ne? Weil wir jetzt ziemlich viel machen. Von dem Dokument, aber ja. Ich würde sagen, die 2 machen wir noch. Die 2 machen wir noch, dann kommen wir bis zu C und dann machen wir das nächste Mal C. Genau. Und die B2 Einwilligungsmanagement braucht man nämlich nicht so tief auseinandernehmen. Wir haben schon sehr viel dazu erzählt und ich würde nur die vier Highlights nehmen und zwar vorherige, umfassende Information der Betroffenen. Das hat man schon erklärt. Also vorher erklären, einfach erklären, transparent machen. Dann natürlich eindeutig und klar. Das heißt, wenn ich so einen Text zur Einwilligung mache, dann muss der eindeutig und klar sein und nicht schwammig. Also du willigst ein, dass ich hier mein Produkt weiterentwickeln kann. Ha? Was hast du? Das ist nicht konkret und nicht eindeutig. Ja. Freiwilligkeit. Also wenn ich sage, wenn ich jemanden erpresse sozusagen, dann ist das nicht mehr freiwillig. Also im Beschäftigungsverhältnis Einwilligung gibt es nur wenige Fälle. Also das ist… Also ich will trotzdem da nochmal ein anderes… Also Beschäftigtenverhältnis ist, denke ich mal, ein Thema, damit beschäftigen wir uns ja auch schon ewig lange. Aber wo es auch immer wieder ein Punkt wird und da bitte ich jeden wirklich drüber nachzudenken. Ein Produkt darauf zu münzen, dass wenn eine Einwilligung notwendig ist, das dann von dieser Einwilligung abhängig zu machen, das muss man sich wirklich, wirklich, wirklich überlegen. Ja. Also zu gucken, gibt es noch andere Möglichkeiten. Also der eigentliche Hintergrund ist, dass man versuchen sollte, da so ranzugehen, eine Verarbeitung von Daten eben nicht abhängig zu machen mit der Einwilligung. Also ich sage jetzt mal, ich habe das Ziel, Werbung zu machen. Da brauche ich halt eine Adresse. Klar muss ich da eine Einwilligung einholen oder eben irgendeine andere Rechtsgrundlage schaffen, dass ich an diese Adresse komme und dann eben auch Werbung zusenden kann. Da ist es relativ klar. Aber es gibt sehr, sehr viele Verarbeitungsdinge, die sowohl als auch mit und ohne Einwilligung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten funktionieren. Also nehmen wir zum Beispiel, wo es sehr, sehr häufig vorkommt, so Spiele zum Beispiel. Dass das Spiel funktioniert, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt meinen Namen und meine Adresse oder irgendwas, was weiß ich, sage jetzt mal Geburtsdatum oder ob ich katholisch oder evangelisch oder von mir aus, keine Ahnung, Indie bin. Genau. Und das kann nicht die Abhängigkeit sein, um dann zum Beispiel so ein Spiel spielen zu können. Also zu sagen, entweder willigst du hier ein, dann darfst du spielen, willigst du nicht ein, dann darfst du halt nicht spielen. Das wäre sowas, was definitiv nicht funktionieren würde. Genau, das wäre dann auch nicht freiwillige Einwilligung und zum Hergeben für irgendeinen Zweck. Dann natürlich, wenn du eine Einwilligung hast, dann muss es unmissverständlich sein. Das heißt, es muss klar sein, ich willige jetzt ein. Das heißt, nicht irgendwie so ein Button, der wegrutscht. Da gibt es doch dieses schöne, da gab es doch mal so ein Programm, wo der Nein-Button immer wegrutscht. Wenn du klicken willst, der haut immer vom Maus-Cursor ab und umgekehrt. Ein schönes Beispiel hier ist, glaube ich, diese eindeutige Sprache. Also eindeutig im Sinne von eben, es ist klar, was gemeint ist, aber eben auch einfache Sprache. Derjenige, der da betroffen ist, der muss es auch verstehen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also muss man sich aber wirklich Gedanken drüber machen. Das nützt ja nichts, wenn ich da eine Einwilligung abverlange. Ich sage jetzt mal von Kindern oder so. Und dann anfange da mit, weiß ich nicht, sehr, sehr schwierigen Texten irgendwie zu erklären, was da mit den Daten passiert. Da wird dann jeder halt auf Ja klicken und damit es halt weitergeht. Aber verstanden hat er halt nichts. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und natürlich, wenn ich der Anbieter bin von der Dienstleistung, dass ich es nachweisen kann, dass diese Handlung stattgefunden hat. Ein paar Sachen sind eindeutig geregelt mittlerweile, was draufstehen muss beim Bestellen, eher aus dem Verbraucherschutz oder so eine Einwilligung. Aber halt eben nicht Leute über den Tisch ziehen, immer schlecht. Und natürlich widerrufen muss man es dann auch können. Und nachweisen können. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Also es muss ein probates Mittel sein, ein adäquates Mittel sein, um dann auch sagen zu können, ah, der Check hat da an dem, dem Zeitpunkt zu dem, der Verarbeitung auch eingewilligt. Und das nützt ja nichts, wenn ich da irgendwas behaupte, was ich da nicht nachweisen kann, weil ich sage jetzt mal, dann habe ich es halt nicht getan. Ist nicht so trivial. Muss man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen, aber ist lösbar. Also es ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, um Gottes Willen, das wird jetzt schwer kompliziert. Leute, die damit häufig zu tun haben, machen das eigentlich auch ganz gut. Keine Magie, sagt jetzt der Zauberer. Genau. Kommt zu uns, wir zeigen euch, wie sowas geht. Ganz unmagisch. Und der letzte Punkt, den wir jetzt da noch ansprechen, der ist aber auch, da glaube ich, gibt es nicht so viel zu sagen, Umsetzung aufsichtsbehördlicher Anordnungen. Ja, sollte man tun, kann es uns teuer werden. Ist so der Rat dabei, weil wenn was angeordnet wird, dann ist eigentlich meistens schon was im Brunnen gefallen. Und sollte man dann auch befolgen. Und das ist genau der Grund. Also die machen dann eine Anordnung, eben weil es der Datenschutz so vorsieht. Und dann da versuchen zu bescheißen. Ganz, ganz schlechte Idee. Funktioniert in der Regel nicht. Was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt ist, ich habe das bisher noch nie erlebt, dass das unmögliche Forderungen gewesen wären. Also ich habe noch keinen einzigen Fall mitgekriegt, wo eine Behörde wirklich dann um die Ecke kommt. Und das ist schon eine Verhandlung miteinander. Und da kommt dann halt eine Maßnahme raus, die auch eine gewisse Umsetzungsfrist hat, die sehr wohl auch einzuhalten ist. Und selbst wenn man dann auf dem Weg dahin feststellt, das kriegt man nicht hin, kann man mit so einer Behörde auch sprechen. Das muss man dann aber auch tun. Und dann kriegt man das in der Regel eigentlich auch hin. Also wie gesagt, ich habe das noch nie erlebt, dass es total unmöglich ist, wenn man ehrlich ist. Im ersten Schritt ist immer alles ganz unmöglich. Wenn man darüber nachdenkt, dann geht es ja meistens. Aber es sind auch jetzt keine Forderungen, die, ich sage jetzt mal nur, unter größten Aufwendungen umsetzbar sind. Und eins ist ja auch, ja okay, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, nicht. Aber ich erlebe es in der Praxis oft, dass manche so dogmatisch rangehen und meinen, das wäre so ein Absolutheitsding, was in der DSGVO steht. Datenschutz ist sehr auslegungsbedürftig. Und Datenschutzaufsichtsbehörden legen das dann auch aus und gucken auch, eine sinnvolle Lösung zu finden. Und da auch zu helfen, den richtigen Weg zu gehen, richtige Datenverarbeitung zu machen. Das ist das, was ich auch in der Praxis erlebe, dass die sozusagen hilfreich, konstruktiv das im Normalfall machen, außer du, ja, du willst betrügen oder so. Und man sieht ja auch in der Praxis, dass eben die nicht irgendwie, die können auch nicht so leicht irgendwie alles stilllegen, sonst gäbe es Facebook nicht mehr. Also das ist so ein Punkt, das sieht man ja, aber das ist. Ich denke, was auch ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, natürlich machen die auch einen Unterschied, ob das Kleinmüller GmbH XYZ ist oder so oder eine Facebook. Genau, da wird es auch teurer. Wird es nicht nur teurer, sondern da ist auch jedem klar, dass, wenn man da was, dass da genug Leute da sind, dass da genug Ressourcen vorhanden sind, nicht nur Geld, sondern einfach auch Wissen und Manpower und Frauenpower und was alles notwendig ist, um was besser hinzukriegen. Wie jetzt bei einer Firma, die, ich sag jetzt mal, was hat man am Anfang, Fenster ausliefert und einbaut oder so und dann vielleicht hier und da, wenn Datenschutz nicht ganz so sauber umgegangen ist oder so. Das wird natürlich bei so Aufsichtsbehörden auch gesehen. Genau. Und haben wir was vergessen? Bestimmt haben wir was vergessen. Das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben sie vergessen und wir machen ja weiter damit. Wir sind ja erst bei der Hälfte. Genau. Bis zum nächsten Teil. Demnächst. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.